Vermögenswirksame Leistungen. Was ist das eigentlich? Das ist Günther. Günther hat gerade seinen Bausparvertrag abgeschlossen. Doch wie kann er diesen nun finanzieren? Eine Möglichkeit dazu sind Vermögenswirksame Leistungen, kurz VL. Diese VLs können von Arbeitnehmern, Beamten, Richtern, Soldaten und Auszubildenden in Anspruch genommen werden. Selbstständige, Rentner und freie Mitarbeiter erhalten keine VLs. Gezahlt werden die VLs vom Arbeitgeber zusätzlich zum normalen Lohn in einer monatlichen Höhe von maximal 40 Euro. Diese werden in der Regel freiwillig gezahlt. Auch der Staat kann dazu einen finanziellen Beitrag leisten, zum Beispiel bei Geringverdienern. Grundvoraussetzung für eine VL ist ein damit verbundener Vertrag, zum Beispiel ein Bausparvertrag, Riestervertrag oder eine Anlage in Fonds. Am Ende dieser Verträge bekommt man das Geld ausgezahlt. Und Günther hat viel Geld gespart. Und? Und jetzt endlich! 함께 hoffen! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020